Hallo und herzlich willkommen bei Welt und Camp. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach Ticket und heute habe ich das Spiel Fishing Clash, Angel Simulation, blub blub blub. Viel Spaß. Okay, dann wollen wir erstmal ein bisschen angeln. Öffnen. Irgendwie meine einzelne Cons findet ihr irgendwie nicht. Deswegen habe ich jetzt heute meinen vierten, fünften, neu angefangenen Account. Keine Ahnung. Level 3. Jawohl. Dann werden wir mal. Die Angel auswerfen. Ich habe gar keinen Sound. Eine Minute. Brillant. Oh, schon zwei Sterne. Schön. Da. Sound an. Level 3. Ich kann Duell spielen. Dann spielen wir doch einfach Duelle. Oh, die sind im Wettbewerb dabei. Brillant. Ich schreie es. Ein Stern noch. Hm. Brillant. Ich schreie es. Ein Stern noch. Ich schreie es. Okay. Ich bin bei 411. Es ist bei 239. Sieht schon mal gut für mich aus. Aber können wir noch. Schnell voll neu. Sonst zieht er nicht mehr. Jawohl. Besser geworden. Abholen. Das ist schon ein Erfolg, oder nicht? Ne. Mindestens zwei Punkte. Das ist schon mal. Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle. ich glaube ich nehme den erst bei stufe 3 der ist auf 1 stufe 2 stufe 3 und 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 Ah, der fand ich perfekt, gleich nochmal hinterher. Ah, ich glaube, der ist auch nicht perfekt. Das hat er wohl gerade. Oh, zwei Meisterschaftsfische, dann nehmen wir den hier. Konzentration, okay, der war perfekt. Immer wenn er in einem PC steht, ist er perfekt eigentlich. Er hat den Fisch gar nicht. Noch nicht. Abholen. Spiel abgestürzt. Auch nimm. Also abgestürzt sein kann ich nicht, es geht nur alles. Ich kann nur nicht auch weitergehen abholen. Hm. Houston, ich habe ein Problem. Wie viel Zeit habe ich denn noch? Ich glaube das Ticket ist schon fertig. Ja. Ich denke mal schon, oder? Schauen wir mal. Ticket fertig? Nein, noch nicht. Nimm mal starten. Ticket. 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 Geht ja schon los. War dann 41, hab da gar nicht grad drauf geachtet, ob der perfekt war. Einmal aufwerten. Schön. Ich muss den noch weiter angehen. Ich muss den noch weiter angehen. Zwei Stunden dauert das. Oder drei Stunden sogar. Hm. Nicht schlecht. Hm. Ich geh aber kurz aufs Normale angehen. Und rüste diese Karte aus. Bosskampf. Boah. Einmal reinschmeißen, schon ein Bosskampf. Boah. Boah. Leute, was sagt man dazu? Ich hab nen Boss rausgeholt. 33 Kilo schwer. Ja. Die besten Angler sind die mit den längsten Armen, ne? Ich hab so einen großen Fisch gefangen. Ich hab so einen großen Fisch gefangen. Ja. Meine Lizenz ziehen. Was kriege ich? Schwarzsägebrasche. Schwarzsägebrasche. Da. Machen wir noch ein Duell. Ich möchte mal schauen, ob ich ne Sack. Schwarzsägebrasche bekomme. Schwarzsägebrasche. Da. Und die fang ich jetzt besser. Ist schon bei mir auf Stufe 3, dass ich bessere fang. Ja. Jetzt sind noch mit. Mit der Lizenz. Ist noch besser. Boah. Ich glaub die sind. Ich fass uns mal bei. 2,38 oder sowas. Ok. Sterne sind gleich geblieben. Oh. Leoparden Sackenbarsch brauche ich. Ne. Nochmal. Boah. Der hat so ein schwarzsäges Hackenbarsch mit 280 gefangen. Ist schon wieder so ein Ding. Ah. Jetzt hat das abgelaufen. Hat gar nicht gepiept. Schweinerei. Nein. Weiße Grundsachen. Weiße Grundsachen. Okay. Dann würd ich mal sagen, das war's dann schon für heute. Ich werd noch mal schnell die. Ich werd noch mal schnell die. Dingens alle um ändern hier. auf Level. Auf Level. Und ich bin schon auf Level 4. Nicey guysy. Gut. Dann sag ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen wenn ihr auf nächstes Mal seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Ciao. 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 Ciao.